Was hast du da gerade mit meinem Sidekick Romata gemacht? Wir fragen nach der Lieblingsstellung. Und der will der Empfänger sein bei Doggy? Unverblümt mal nachgefragt. Wie ist es bei dir, bei euch zu Hause? Da wurde schon oft gefragt, da gibt es keine Antwort drauf. Witzig, ne? Ja, das wissen die Leute doch. Die Leute wissen? Was wissen die Leute? Da bin ich verklemmt, da kann ich nicht drüber sprechen. Ach so, ich dachte die Leute wissen die Position. Achso, ne. Also Doggy. Was machst du denn hier für eine Umfrage? Das ist die Umfrage. Die Lieblingsstellung von YouTubern, Streamern, Instagrammern. Ach krass, geil. Das wird bestimmt ein geiles Video, da werde ich drauf reagieren. Ja, ok. Perfekt. Grüße an dich selber.